Wo auch immer wir die herkriegen Ah da Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden hier gar nichts oder? Haben zumindest ein Gebiet wieder gesichert Aber für weitere Gebiete brauchen wir Äh mehr Leute Setzt Ziele Es gibt eine Bank die wir versuchen könnten auszurauben Sie ist gut bewacht aber die Gewinne könnten beträchtlich sein Was ist auf dem Boot? Man sagt in der Stadt dass Kahn viel Geld durch Schmuggeln verdient Lass uns einen Weg finden ihn etwas zu erleichtern und herausfinden Was auf dem Boot ist Das Juweliergeschäft sollte haufenweise Wertsachen im Lager haben Die wir uns mit einem relativ geringen Visiko schnappen Das hört sich am einfachsten an Bist du bereit ein hochwertiges Juweliergeschäft auszurauben? Ich denke es schon Okay Raubt das Juweliergeschäft aus Sammelt Informationen für mehr Profit Und 33.000 erwarte Beute 90% Beute müssen wir schaffen Sammelt Informationen würde ich sagen Da brauchen wir nicht so viele Leute Informationen beschafft Achso das hat bloß unsere Armee gekostet Hä? Bringt uns das überhaupt was? Die Beute bleibt ja offensichtlich gleich Ne jetzt hat sie es jetzt Okay jetzt ist es gestiegen 39.000 Okay wir haben drei Leute Reicht das um ein Juweliergeschäft auszurauben? Gute Frage Nächste Frage Jemanden anheulen können wir nicht Ich würde es jetzt einfach mal versuchen Auch wenn ich nicht so optimistisch bin Aber ja Warum nicht Mehr als Schiefgangs kann es ja nicht Mehr als Schiefgangs kann es ja nicht Simple in und raus Erküriere die Lüte und bleibe klar Dann gehen die und die Beute schieben Wie würde ich innen? Es gibt kein Zeitlimit Es gibt kein Zeitlimit Aber viele Guards Und Zivilisten Könnten durch den Hinterreingang gehen Aber da haben wir das Problem Dass wir recht offen sind Good Now the Jewelry Ne nicht so schnell Wir haben dort eine Kamera Das war's eigentlich schon Kurz mal schauen wo was Ungefähr Steht Oder was wertvoll sein könnte Das sieht noch sehr wertvoll aus hier Mit diesen Diamanten Möglicherweise Der Fluchtwagen steht dort Kann man hier raus und lang Ich würde sagen wir gerne hier drüben auf der Seite rein Versuchen vielleicht den Guard hier Ähm Zu beschlichtigen Und den Security Raum zu finden In der Hoffnung dass wir die Kameras ausschalten können Und dass es keinen Alarm gibt There we go Die wird schon sowas von sehen Ähm Die wird schon sowas von sehen Die wird schon sowas von sehen Kurz mal lauschen ob der Guard kommt Kurz mal lauschen ob der Guard kommt Schnell ich geht das sowieso schief Ungefähr everybody down or get dead take it easy schön ruhig bleiben ich dachte man könnte den strom ausschalten weil ich habe das in einem video gesehen dass es möglich ist auch nicht Hey! On the goddamn ground! Just so you don't get yourself hurt. Back on the ground, asshead! Ich glaube ihn würde ich auch dort reinlotsen in den Raum. Bloß damit beide zusammen da sind. Und ihn hier keiner entdeckt. Komm! Get back on the fucking floor! Ich frage mich jetzt, wenn ich drücke, fangen die anderen an etwas zu machen? Oder kann ich irgendwie vorher noch den Strom ausschalten oder so? Wahrscheinlich ja nicht. Schlecht! 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 interpreted Spannungs chamber, der an sich Was ist das für ein Knopf? Wenn ich da drauf drücke, was passiert? Was ist das für ein Knopf? Was ist das für ein Knopf? Was ist das für ein Knopf? Ich glaube, sie haben gesehen, die Absence der Kamera. Proceed mit Caution, Sie sind auf der Augen zu schauen. Das ist eine goddamn Robber, Losers! Everybody down, oder get dead! You, nicht mehr, auf die Knie, und put deine Hand auf! Down, oder ich werde dich down. Das wird schnell, wenn du so wie gute kleine Mädchen und Mädchen bist. Good effort with the camera, but they have taken notice. Everybody down, or get dead! Grab it all! Okay. Ich muss schnell gehen. Was, was nicht? Aber es sieht gut aus. Was hat noch niemand bemerkt? Oder muss ich kommen? Get the move inside! Frammatures, you're doing great. Es könnte gut gehen. Es könnte gut gehen. Sieht gut aus bisher. Keine Polizei auf dem Weg. Leute, mach doch auch was. Keine Polizei hat echt ein bisschen bescheuert. Nee. Sieht gut aus, bis jetzt. Wirklich. 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 There we go. There we go. Haben wir alles? Nice one, nice one, nice one, Leute. We have a runner. That's one. We have a runner. There we go. Okay. Come on. Follow me now. We must adjust the timetable. It seems alarms are intimate. Face in the fucking dirt. Congratulations. Your hostages. With the alarm comes long. Get ready. Fucking got one. What do I do? All right. Let me help you look, you dumb fuck. Five dead. The vehicle will return shortly. Nice. Nice. They got a bag. Fucking got one. Good. I'll take care of this one. They got a bag. Everybody down or get dead. Stop moving or I'll tighten you up. Officers, en route to your location. Okay. Get ready for police, people. Be easy and you'll be fine. Wir dürfen keine Teamwissen verletzen. Wer bist du denn? Girl, im out of here. Whom, hunn. Come on. 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 Okay. Nein, das war ein Zivilist! Who the fuck is this? Kurs ein bisschen weiter, Munition einziehen, ich habe einen scheiß Zivilisten erschossen hier hinten, dachte ich das wäre... Geh, 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 Leiter! Los, 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 Los! Hey, do not be shooting up the car! Let's go! Puh, das lief gut, das lief gut! So sollte es sein. Juweliergeschäft Erfolg! Das ist alles erledigt! Aber ich habe einen scheiß Zivilisten geschossen. Sehr doof. Stufenaufstieg, Boss, Stufenaufstieg. Nice, 29.000 und 19.000. Ah, das war ein Detective. Aber ich habe doch einen Zivilisten getötet. Na ja. Well, we fucking got it! Figure out what it's worth! Casey will sift through. We can use the good bits for trading down the road. I wanna know! All will be itemized in your stash, Boss. Okay. 29.000 erhalten. Fischer ist bereit, neue Fertigkeiten zu lernen. Detective getötet. Man kann die Sachen so schnell nicht lesen. Und man sieht sie nirgendwo anders. Komisch irgendwie. Eroberung vom Gebiet. Wir haben keine Soldaten mehr. Wir haben hier noch drei Tage Zeit. Hi, Baker. Hi. Sieht immer noch ziemlich schlecht aus hier. Tic Tac. Andererseits, desto mehr Leute wir haben, desto mehr können wir an einem Tag schaffen. Aber bloß eine Person mehr bringt mir jetzt auch nichts. Außer wir hätten hier was auf der Karte. Was alleine machbar wäre. Aber glaube ich eher nicht. Was ist auf dem Boot? Brauchen wir da Leute? Sheriff Norris, stalking Khan. They know Khan is shipping and coke. They suspect. And Khan's bringing it in by water. Surprisingly. The Savage has a few very charming yachts. Let's find out what boat he is using. I don't know. Dangerous. I don't need any more heartbeat. Möchtet ihr herausfinden, mit welchem Boot Khan kokain schmuggelt? I'm on board. Tell me how. Here's the play. We place an order with Khan for one hell of a lot of cocaine. Mhm. Pose as heavyweight buyers. Get a close look at the goods and figure out which boat he's using. Well, hot damn Casey. You might be the sharpest blade in the block. Yes. Or we liberate Khan's senior dealer. He was abducted by Yellow. Ah. I love the outfit. Why have they snatched him? This yacht may be the reason. Okay. So? Free Khan's man. Force him to tell us about the vessel. Or we sniff out the yacht by posing as big time coke customers. Okay, wait. Haben wir jetzt hier drei Möglichkeiten? Khan's Dealer. Rettet den Handlanger und holt den vom Zahn über Khans Boot. Okay, Team. Show me what you got. Okay, da brauchen wir mehr Leute. Finde ich ein bisschen riskant. Von daher. Machen wir Feierabend für heute. I don't cross my teeth. I don't dot my eyes. Won't say pretty please. Or speak in little white lies. I've got a rebel soul. 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 Just get down with it, down with it, down with it. Just get down. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017